So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video und zwar hatte ich was geplant, nämlich ein wöchentliches, oh, beziehungsweise ein wöchentliches FHQ, hängt davon ab, wie viele Fragen ihr mir stellt. Genau, ihr sollt mir nämlich unter dieses Video ein paar Fragen stellen, die, die euch brennend interessieren, können bekloppte Fragen sein, natürlich jetzt nicht zu beschissen, aber das soll auch so ein bisschen lustig werden, das FHQ, weil das, denke ich mal, so als wöchentlich, so immer wieder sonntags, kommt die Erinnerung, ja, äh, nein, kommt immer das FHQ dann, wenn genug Fragen da sind. Also dürft ihr mir jetzt unter diesem Video Fragen stellen, die euch interessieren, also die ihr von mir wissen wolltet und, äh, dann wieder unter dem nächsten FHQ-Video immer so weiter. Wie ich das dann aufmachen würde, weiß ich noch nicht genau, aber ich hab mir gedacht, das würde euch vielleicht auch interessieren, dass ihr mir jeden Woche so komische Fragen stellen könnt, außer, äh, magst du Bratwurst, das vielleicht bitte nicht. Ähm, ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Schreibt mir coole Fragen, was weiß ich, wozu ihr Lust habt und, äh, die werden dann nächste Woche Sonntag beantwortet, nicht diese Woche, weil da komme ich ja nicht zu, so schnell könnt ihr, glaube ich, keine Fragen stellen. Und, ja, dann gibt's nächste Woche Sonntag, äh, die ersten Antworten und wir sehen uns dann, ich bin der B5, ich freue mich über eure Fragen und, äh, bis dann.